hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge von let's play fall cry 3 ja das letzte mal haben wir zwei drei nebenmissionen gemacht haben wir ein bisschen geld verdienen und ich habe jetzt auf screen schnell mal ein kasua gesucht habe mir gedacht den töte ich jetzt damit ich mir die meine brieftasche erweitern kann damit ich mehr als 2000 dollar mit mir rumschlippen kann dann bin ich hierhin gereist auch noch und habe gesehen hier tapir fälle ein tierpräparator sucht den selten weiß bauch tapir jage ihm am zielort mit einem dort gestellten bogen und das wollte ich noch schnell machen wenn die mission schnell geht hoffe ich sonst lösche ich diese nicht ich versuche einfach mich zu beeilen und ich hoffe dass dieses tapir fälle reicht um einen beuterrucksack zu erweitern denn das ist das nächste was ich brauche um einen beuterrucksack zu erweitern nämlich tapir fälle aber vorhin habe ich noch gemerkt das habe ich jetzt aussehen auch noch gemacht ich habe ein tüger getötet in der letzten folge und dann könnte ich danach direkt einen neuen munitionsgürtel machen und seitdem haben wir jetzt noch mehr munitionen die wir eigentlich jetzt mitnehmen könnten wenn ich überhaupt mal so viel geld habe damit ich mir diesen überhaupt kaufen kann auf jeden fall schnapp ich mir jetzt mal diesen bogen so wie er sich das gewünscht hat oder wie die mission sich das sich das wünscht ich nehme hier da ein paar gelb stein gern stein geld auf so dann gehen wir jetzt jagen machen wir noch ein jagdinstinkt oder zwei jetzt noch mal ein weiß bauch tapir der beuterrucksack ist voll schon wieder also wirklich findet das bald ein ende beuterrucksack kein wunder dann herstellung und noch schnell zwei spritzen jagd herstellen hier ja ich bin stinkt das stinkt da hinten kann ich ja kann ich auch die bahnpfeile nehmen da nur normale pfeile ok das sind wir wissen normal wartet mal schnell dann kann ich mir direkt mal die tasche herstellen ich habe jetzt zum glück zwei war das ja nicht das doppelte was dingo ab nächstes kommt dingo dingo muss ich da mal auch haben eine kleine session starten und ein bisschen sammeln gehen das ist er glaube ich das ist er ja das ist er ah nein und das war er nämlich ja das war ja scheiße Mist 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 aber ich hoffe einfach die tasche hat mir beibehalten sonst drehe ich jetzt am Rad das wäre jetzt echt scheiße wenn das nicht so wäre äh 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 beuterrucksack ne herstellung na super ich ich hasse dich Far Cry ich hasse dich ich habe auch kein jagdinstinkt super ich bin wieder voll kann ich jetzt herstellen nachdem ich 7000 mal falsch drücke natürlich ja jagdinstinkt 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 fünf stück bitteschön ja jag dir das zeug rein und los geht's auf die jagd den da hinten werde ich wieder erledigen so ich bin jetzt wieder mit Papierfell ein Papierfell dahinten da stehen da du trägst wie ich jetzt bleibt doch stehen nein ich kenne normale pfeile mehr nehmen ich habe wieder munition ich weiß dass es die falsche waffenklasse ist ja jagdinstinkt dann muss ich noch mal zu dieser hütte zurück waaah muss gleich niesen so habe ich wieder hallo was soll die scheiße normale pfeile so jetzt noch mal rein pfeifen und wieder von neu naja klar dass ich es nicht treffe ja ja bleib doch mal stehen du trägst wie ich das mit das messer ist mir scheißegal komm hierher komm hierher komm hierher bleib doch endlich stehen bleib doch endlich stehen komm 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 ich habe doch jagdinstinkt drin bitte bleibt doch einfach stehen ich hasse es ich hasse es bleib stehen endlich ich wieso nicht gleich so so und jetzt habe ich schon acht minuten verschwendet so jetzt reisen wir direkt mal weiter zur mission äh zur hauptmission wilderer ja danke für diesen titel der sehr 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 schön ist äh dann gehe ich von hier aus schnell hua der recurver bogen ist lautlos was recurve bogen ist lautlos außerdem kannst du deine scheiße fressen hier ein laptop ja noch mal für wo wir kommen uns das in unserem sümmchen immer näher kokainformel so und die hauptmission ist dahenten da ist das fahrzeug ich nehme lieber schnell das fahrzeug ach damit es nicht langweilig ist äh versuche ich mal wenn es nicht über zehn minuten sind die folge zu überziehen damit die seit sie müssen zu ende geht weil sie wenigstens was erleben davon das ist die die sich keine auf oder so jetzt ja hier ist es schon fast jetzt gehen wir aber hier durch jetzt ja hier ist es schon fast wie ganz da kann man ohne Probleme durch so jetzt gehen wir aber hier durch ist ja ein bisschen dichter aber es ist ein Weg ja ja es ist schon ein Weg nein ich bilde mir das nicht ein das ist ein Weg da bin ich mir 100% sicher dass das ein Weg ist heißt nur nicht eingezeichnet aber es ist ein Weg ich bin mir da sicher Jason was tust du was machst du so faxen geh doch einfach fahr komm ich hätte die ich hätte lieber die wegnehmen sollen scheisse ich kenne nur die Luftlinie- Content komm 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 Papa komm komm jetzt komm 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 jetzt ich hasse diesen berg wieso ich ihn hasse weil ich ihn jetzt hasse weil er mich nervt grad ja so kann ich es vergessen da hochzukommen ja wenn ich jetzt noch runterfalle möchte sich wieder was hallo scheißen dreck das ist eine fehlfolge definitiv scheiße wie hoch ist das scheißberg bitte ja da hätte ich noch lange hier irgendwie fahren können da wäre ich gar nicht hochgekommen ja super das mg hat nicht mehr als zu viel munition zum glück habe ich noch scharfschützen und sturmgewehr munition super sturmgewehr ich liebe es ach Gott hätte ich doch lieber hätte ich doch lieber hätte ich doch lieber oh man da finde ich mir hier voll in der pampa draußen kann kommen nicht den berg hoch nur runter könnte ich und abstürzen langsam chasen ganz langsam hallo wo kann ich hier bitte wieder weiter nach oben einfach nicht sterben aha ich weiß jetzt wo wir sind da komme ich gar nicht hoch okay scheiße hier nochmal ja ich überziehe diese folge ich mag sie definitiv länger weil ich jetzt gerade den weg versaut habe habe ich mir noch ein Laptop hier nie der ist schon zugeklappt schön hier hätten wir nach so einer was ist das ein Auftrags ja das ist ein Auftragskill das hätten wir dann auch mal machen ist auch Spaß hier mit der Hochgeschwindigkeit was wir jetzt sind berg hinauf irgendwie irgendwo irgendwann irgendwann ansicht wechseln bitte ansicht wechseln das wäre doch gold wert so hier bin ich schon mal jetzt mal richtig denn dieser straßen dann hier okay dann muss ich sehen dass ich die straße erwische die den Berg hoch geht jetzt müssen wir relativ schnell mit dieser Kamer und abbremsen und weiter geht's jihau so und ab über die Brücke ne schon wieder ah Leute fahrt nicht wieder in mich rein das habe mich so genervt das letzte Mal de dde 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 d от d ähh muss ich jetzt hier hoch oder was ahja ah ah Gott wahrscheinlich war ich näher dran als ich mir gedacht hab Was waren das jetzt Wölfe? So. Und hier sind wir. Hm, Schweine. So, weiter geht's. Mit Buck, what the fuck. Mal sehen, was jetzt so auf uns zukommt. Buck, du Arschgesicht. Buck, du Backe. Du Arschbacke. Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Käpt'n Lingkongs Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Senghi kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ähm. Ich tippe mal. Hm? Bon voyage, Mann. Kein Problem, das kann ich schaffen. Okay. Jetzt müssen wir jetzt uns, äh... Autsch. Autsch. Da runter stürzen. Wuhu! Wow! Tauch jetzt bitte auf. Geile Bucht. Ah, und hier könnte man hochklettern. Dann wieder rauf. Zum Glück bin ich vorher nie hier, nie hier reingefallen. Geh, wo kann ich jetzt durch? Hier kann ich raufklettern. Los, kletter rauf! Gut, machst du das, Jayce. Ah, hier ist ne Höhle. Aha, und hier könnte ich rein. Und hier sind wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich hätte schon vorher hier rein können. Denn nämlich ist hier... Wow. Was ist denn hier hinten? Ah, wieder so ne Figur. Relikt. Steingut. 21 Dollar. Hier geht's noch weiter hinein. Wow. Und tiefer, und tiefer, und tiefer. Hier könnte ich hoch, das mach ich jetzt aber nicht. Dann kämen wir wahrscheinlich irgendwo wieder raus. Dann lass ich das lieber sein. Okay, ähm... Scheiß, jetzt hab ich mich verirrt. Ah, ne. Doch nicht. Hier sind wir. Gut, dann, äh... Ab hier rein. In das Grab des... Ching-Chang-Chong. Ich kann es mir nicht merken, wie der hieß. Ling-Chong-Ling. Ich hab's nicht so mit chinesischen Namen. Ist nicht so meine Sprache. Ich höre Viecher. Dingos? Äh... Scheiß Rebellen. Können die scheiß Insel behalten. Ach, Scheiße. Wie komm ich jetzt da hoch? Ich seh einen Scheiß. Ich seh einen... Ah, hier. Hm, ich Idiot. Hörst du? Ja, du hast dich verhört. Ja, du hast dich verhört. Was machen die alle hier? Hat Buck die etwa geschickt? Kommt, da ist ein Stein. 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 Kommt doch hierher. Ja, dann kommt doch hierher. Ja, ich wollte das so. Die Nächsten kommen auch gleich dran. Kommt noch jemand? Oh, da ist er. Nein, ich sterbe. Hm. Ich hab's mir doch anders überlegt, wenn ich so hier sterbe. Ich will die Mission möglichst in einer Folge kriegen. Tut mir leid, Leute, dass ich mich jetzt schon wieder umentschieden habe. Aber ich will unbedingt, dass das Ganze in einer Folge ist. Oder zumindest in der nächsten dann. Ihr werdet's dann sehen. Danke für die Geduld. Hahaha, scheiße. Ah, das war richtig scheiße diese Folge. Tut mir leid. Nächstes Mal hoffentlich besser. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.